Wenn ich bedenke, dass das Eck hier war, mal sehr viel Wald. Der Fortschritt lässt sich nicht aufhalten. Ja, unsere Bärensander können nicht so viel machen, ist okay. Und... Wir brauchen mehr Arbeit. Schafe. Ich will erst mal importieren, zwei Stück. Irgendwann werde ich mir Geld dafür haben, dann passt das. Währenddessen machen wir ein paar Upgrades. Die kosten jetzt... Ah, stimmt, Ziegel. Ach, wie kriegt man ja noch mal einen Ziegel? Ich glaube, die kriegt man über... Clay. Haben wir überhaupt Clay? Bam, 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 bam. Uftals, aber ich will wissen... Clay, 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 Clay. 94, Clay habe ich. Ich habe... Keine Chance drauf, ein Unlimited Vorkommen zu bekommen, okay. Das heißt, ich müsste Clay importieren. Ist ja auch nicht das große Problem. Ja, das passt natürlich jetzt nicht in die Straße. Wir dürfen die auch mal. Enemy Unit has been spotted, okay. Pausieren wir mal kurz. Ich will das nicht... Ich will das nicht... Ding nicht darstellen. Ich will die Straße dann doch hier durchziehen. Dann hätte ich gerne... dich wieder... Na, toll. Eigentlich... Ja, so ungefähr. Stellen wir dich da hin. So, Enemy Unit has been spotted, habe ich gehört. Hier drüben irgendwo. Wieso? Wait a minute, das ist mein Gebiet. Haben wir irgendwelche... Zelte aufgeschlagen, die wir vertreiben können? Nein. Okay, scheint so. Da sind sie. Okay. Einmal herkommen, wir haben Krieg. Die Bomenschützen sind immer noch ein bisschen unnütz. Zweimal... Dreimal Briganten. Da schreit schon die Weisheit sehr schön. Immerhin rennen sie über das noch nicht beflügte Feld. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Wo ist denn meine Bogenschützen? Will ich euch mal wieder behalten? Ich verjag' erst mal die einen da. Dann kann ich dich wieder kümmern. Ah, hab sie erfolgreich abgedrängt. Komm. Nicht mit den Pügeln laufen. Ist natürlich blöd, dass jetzt meine Jungs da drüben sind. Aber, ähm... Ich bin ein totaler guter Strategiker, hab ich schon mal gehört. Äh, nicht in diesem Spiel. Oh, da kommt ja noch mehr. Nicht schießen, laufen. Laufen. Oh ja, jetzt ist ein guter Zeitpunkt zum Senden. Na, ich glaube, das, äh, wird gerade nichts, äh, es könnte vielleicht schwierig werden zu überleben. Bei der Bevölkerung ist auch mittlerweile gefallen auf 80 Leute statt, äh, von 100. Da hängt ein herrenloses Pferd herum. Zumindest die kann ich noch eine Weile beschäftigen, indem ich hier durch die Gegend renne. Ich habe nicht mehr viele, äh, Nahkämpfer. Ja, genau, rennt vorne rum. Ich glaube, ich habe keine Nahkämpfer mehr. Äh, rennen wir die beiden Einheiten mal und sagen, ich hätte gerne... Oh, Herr Mercer, ne, ist natürlich eine Idee. Archers, Archers. Ja, äh, besser Archer als gar keine... äh, keine Einheiten. Okay, ihr rennt da lang. Das ist doch schon mal was. Okay, Plan B. Ihr rennt nach da. Hallo. Was habe ich da gesehen? Shoot at will, allow friendly fire. Ah, auch sehr schön. Äh, ich glaube, meine, äh, Einheiten haben sich gerade, äh, beschlossen nach Hause zu gehen. Hier steht, ist zwar hier eine Baumgruppe in der Nähe, aber, äh, äh, ich muss hier irgendwie von meinen, äh, formieren. Gut, dass wir hier zwischenzeitlich mal Steuern eingenommen haben. Oh, auch sehr cool, die ganzen Feige, die auf dem Steuern stecken. Aber so viel Feigen, keiner trifft. Aber so viel Feilen, keiner trifft. Es gibt nämlich auch keine Warteln aus dem Luris. Stellen wir uns mal auf schnell und mal gucken, was passiert. Ah, guck an. Wir haben es überlebt. Ah. Und drei von unseren Art-Trail haben wir auch überlebt. Die können jetzt auf einmal nach Hause gehen. Okay, der wurde definitiv getroffen und ihn hat es nicht interessiert. Die Rüstung, die die alle haben, sieht nicht sehr so stabil aus. Also ein Pfeil könnte da schon mal stecken bleiben. Okay, was geht eher aus? Die Pfeile, der, äh, Vertrag oder die Gegner? Ach, 68 Leute, die, äh, die, äh, die, äh, die, äh, die sind sehr schön. Ich lass das mal laufen. Und schrei. Wir merken uns 15. Ja, währenddessen sind wir wieder bei 91 Leuten, äh, also, die Leute haben festgestellt, die werden überfallen. Äh, es ist gut hier zu leben. Was, was nur blöd ist, sie steht mitten auf dem Feld und, äh, ja, keine Ahnung. Ich glaub, das ist nicht so optimal. Äh, ich hab das noch geupgradet. Da ist, da bin ich dabei, der 86 Planko. Kassel-Planner. Oh, wir haben den Kassel ja noch geplant. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann können wir ja kommitten. Ja, sind sie jetzt von Langeweile gestorben, oder? Warum? Ich mein, ich will mich nicht beschweren, aber ist okay. Das heißt, wir brauchen jetzt eine riesen neue Sperre. Wo ist es noch Blacksmith? Hatten wir auch immer noch Blacksmith rumstehen? Ein Cobblershop und ein Fletcher-Shop. Ich mach mal. So. Hier wollten wir, glaub ich, ein Blacksmith, oder sowas hinstellen. Dafür brauchen wir Werf und... Braggage-Plot-Level too low. Ah, ich muss hier das upgraden. Du brauchst auch ein 1er. Ach, Gott. So. Hier machen wir einen Blacksmith draus. Weil dann kriegen wir nämlich auch neue Sperre. Okay, die produzieren schneller, als dass sie Zeug wegtransportieren können. Dann sollten wir da vielleicht eine zweite Familie hinsetzen, die denen unterstützend helfen kann. Du brauchst Dachschindeln. Davon haben wir noch keine. Weil hier noch gebaut wird. Ah, das könnte vielleicht einfach daran liegen, dass wir eine Familie hatten, die ein oder zwei Familien gestorben sind gerade in dem Kampf. Ah, ist sehr schön. Hier wird gerade gepflügt. Das heißt, die können auch gleich die Leichen unterflügen. Das ist ein guter Nährstoff für die Pflanze. So, du sollst die erstellen. Scher. Hier nennt mir noch die Schmiede, aber die stellt, glaube ich, nur Werkzeuge her. So langsam könnte man vielleicht Werkzeuge brauchen. Wir können das restliche Rohreisen verarbeiten. Ach, ich hab's jetzt geupgradet schon. Äh, Dings dazu gebaut. Ach, egal. Geupgradet werden müssen sie ja sowieso. So langsam. Dann müssen wir es halt so machen. Und dann werden die Sachen gekonstruktet. Dann anders seilen wir halt ein. Und die da würde ich gerne auch entfernen. So, lieber nur einen da. Wir sind im November. Äh, dafür haben wir halt leider auch noch nicht genügend Werf. Dass der Storage voll ist, das passiert immer wieder. Da kann ich nichts gegen tun. Unser größtes Problem ist im Moment, äh, Fuel. Ich denke mal, dagegen hilft mehr Förster. Ich vermute mal, viel mehr Förster. Hier haben wir immer noch nichts, weil wir zwar den hier fertig haben, aber... Schafe kosten 30 Werf. 30 Werf haben wir nicht. Also braucht es. Alles klar. Der gute alte Bretterzaug. Wir leben wahrlich in Deutschland. Äh, im Heiligen Grünischen Reich, Deutsche Nation. Entschuldigung. Die Packstation haben wir ja schon mal. Wir können pro Packstation eine Sache senden und eine sieben. Oh Gott. Da braucht es ja ewig viel Zeug. Ewig viel Packstation für einen vernünftigen... ...Werf... ...Materialtranspere. Okay. Das Männer ist fertig. Jetzt auch mit... ...ein Loch im Zaun. Hier hat es ja wenigstens geklappt, aber da... Na gut. So, was können wir denn hier noch bauen? Wir können hier noch einen Outtower bauen. Garishon Space. Ein Garishon Tower. Limited to one. Okay. Ich stelle mir hier einfach nochmal zwei Tower hin. Why not? Ja, das Textoffice ist... ...just for... ...was auch immer. Place Road. Okay. Kann ich das Ding jetzt auch wieder wegmachen? Ja. Okay. ?! We swell. Untertitelung des ZDF, 2020